Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde geht ihr online mit Luca Anderweiss und der und der nimmt diese Runde jetzt leider nicht auf aber er wird in der nächsten Runde heute wieder dabei sein und wir nehmen nachher noch ein Video auf, ne Luca? Ja Gut, dann wollen wir uns jetzt mal trinken Ok, rein nach, was dann Ok Bierchen trinken, kommen wir trinken hier hinten am, äh Trinken hier hinten bei, äh, dem Billardtisch Mal gucken, ob ich so ein bisschen hab Ja, ich hab noch zwei, vier Wenn nicht lass ich nur, äh, geb ich nur eins Kann man sich hinsetzen? Schade, dass man das nicht kann, alter Ja, ne Schön, die Kneipe setzen Und... Aber das wäre dann dumm wenn andere Onlinespielen reinkommen Du müsst ja grade ein Bierchen trinken, weißt du Dann komm mal rein, äaj Typ, buch, 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 buch... Was, Alter? Hab ich dich jetzt getreten? Was, Alter, hä? Fotze! Was, Junge? Du wolltest uns kurz weiter beginnen, Junge. Sam, Junge, geh mal weg da, Alter. LOL! Das gibt Rache. Das gibt Rache, Bro. Ja... Ich glaube, da wird nicht jemand sterben. Ja, einmal, ne? Wie du... Ah, ne, warte! Ich werde nicht sterben, weil ich hab das aus einem bestimmten Grund gemacht. Ja, stimmt. Reicht das, um mein Mord zu vergessen? Ja, hab ich echt! Also, dass diese Kohle reicht, um mein Mord an sich zu vergessen? Aua! Ach, nein, ich fände nicht. Nein, aber jetzt ist es geklischt. Du, Alter! Ich fände noch mal nachher zu. Hä? Überraschung! Surprise, WTF! WTF! Beide gleichfertig! Surprise, WTF! Naja... Passt! Ich hab nicht meinen Stern, Alter! Ja... Ja... So, also den Leuten in der Kneipe haben was gegeben, das ist ein Fixer. Ihr du haben kein Korean, Alter! Entuledn! Nein! Nein!? Nein! 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 Ein四 Blut! Nein! Ich hab 1920! Nein! Nein! die zwei Assassina-Werk er kommt darauf eigentlich sollte ich dich ja schon mal am Wasserwerk rauslassen oder nee warte mal wo ist hier die Ranch keine Ahnung, ich will nicht mit mitmachen warte, ich kriege einen Anruf warte mal, ja was ist los King, du bist gerade mit einer Aufnahme lol es wird angerufen und die Person, die was sagt, sagt nichts also die was sagen wollte, sagt nichts ok, wo ist hier nochmal das Wasserwerk ey, guck mal nach vorne holst du schießen Luca hallo ja, bis heute schüchtern guckst du immer weg von der Kamera ich kann mir selber auf den Rücken gucken, voll cool ey, du guckst gerade genau in die Kamera, ne voll löllig warte, was war das? sorry, wenn wir gerade so hart dumm sind aussteigen ey, steig aus besorg dir ein Motorrad oder bestell dir eins einfach, ja Luca, du kannst auch reden wollen oh, ich hasse diese technischen Bugs in GTA ja es ist einfach schrecklich, Freunde das könnt ihr mir nicht glauben Spannung ja welches überhaupt noch Leben schaffen dort anzukommen fütteln wir uns raus, in der nächsten Folge kein Spaß das wäre richtig, also ich würde dich jetzt nicht mehr aufschauen tschüss als ob ich jetzt eine Folge werden würde ja ja wo ist, wer ist Big T? ach, scheiß, komm ich mir einfach alle um ja, du ey, wer von euch ist Big T? bist du Big T? du? ey, du da, oder? bist du Big T? du bist Big T du bist Big T? wer von euch ist Big T? meistens der mit der College Jappe meistens der mit der College Jappe oder der letzte der Schnell oder der letzte der Schnell ja dann er ist verblutet ja dann oh da hell ich komm mich hier noch um die letzten Niggles ich komm mich hier noch um die letzten Niggles wie ist das? ich kann mich nur um die zuerst versuchen zu ziehen ich glaube mich nicht zu sein ist du stupid? äh, Lidlte fährt auch meistens in Lidl's Wagen äh Big T sitzt immer ganz äh, Lidlte sitzt ganz vorne in dem äh Wagen den ganz vorne fährt ich grab mir jetzt mein Motor Cycle und komm vorbei, ne? warum ist Big T? ja warum ist Big T? ja, ja warum ist Big T? Ja, ich weiß nicht, wer hat den niederen Bank nicht auf die Jagd. Okay, dann Jagd. Der geht zum vorderen. Ja, ich hab auch mit abgefallen. Also sie sind zerschossen oder was? Baytree Canyon Road. Ja, dann nenne ich auch immer die Gegend. Ich habe einen Baytree Canyon Road. Find a Farm. Old Macdonald, have a farm. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Digger! Ja. Ja. Old Macdonald, have a farm. Yo! Ich bin ein Taubesnötchen! Yo! Ich hab mich überschlagen! Du bist ein Taubesnötchen! Das scheiße ist so ein Ding verarscht! Hör auf zu fluten! Scheiß holt nur! Ich mag den Scheißnötchen! Der Wunder gewinnt auf dem Strand war gar nicht bei dir! Chuck Norris hatte die Hand von seiner Oma gehalten, bei der Geburt von seinem Vater. Chuck Norris hat den Ball der erste Kameras gezählt. Digga, du musst dich in meiner Folge angucken, wie ich hier gelanget bin bei Small Ass. ... ... ... ... ... ... ... Ich will mir neben Leidtach aber ich muss dir weg. Tschau! Okay, schau. Schöpft die Hände, Hände, Hände Äh, ist sie nicht! Nein! Sie hat sich gerade auch auf Fresse gelegt. Sie haben keine Tür mehr. Und wer richtig steht, wenn sie hier, wenn das Licht angeht. Möch. Möch, Möch. Voller Rumsbacken hier, Alter. Toch lobt in der Tür einfach. Hallo, Inselwinterwerden. Und ich habe jetzt wieder in der G. Und ich habe mich hier verfahren. Wih! Ich meine, ich wollte einen Backflipress. Komm, Backflip, Backflip, Backflip. Komm, du mit der Sanchez schneller, David, als ich mit meiner Kurkette. Ja, wir brauchen hier vorne dein Auto, ne? Da war der Zug. Das klingt genauso ohne Türen. Du brauchst ja nicht als Deckung, du glaubst. Ich probiere jetzt einfach, ob der geht, der ist dann ein Drehersplitsch noch. Ja, ich kann das. Der Ticker, der hat der Ticker, der hat der Ticker. Der hat der Ticker, der hat der Ticker. Leiton LOOOOOOL Da kam Leiton einfach zu rausgestirbt, da konnte ich nichts früher Aua Nein, da ist der Bitscher schon gekommen Oh, damn Skip You stupid ass fuck Shit, somebody got cut I need to find cover ASAP Skip Oh, damn Damn Get cover You got to be killed Aua Alter Er war Aggressionsprobleme, der Typen, was? Dicker Das hört uns doch aus wie der Schrapp, ja Das wollte ich nicht erreicht Fuck you fool Fuck you fool Oh fuck Die Bitscher sind in der Bitscher RUN 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 Alter Digger die ficken mich ja gerade hart NEIN Was zum Digger Oh shit Oh shit Deng shit Was? Was habt ihr gemacht? Komm ich mach das nicht, ich hab... Ja Freunde, jetzt können wir zugucken, wie player das ganze Scheiß Rest da noch Und da halt ein Abonnenten Ja also was soll ich erzählen, ne? Also ich bin euch nochmal ziemlich dankbar dafür, was ihr so gemacht habt Denk euch hab ich eigentlich erst geschafft YouTube Partner zu werden Und das ist ein Erfolg, den wir mit eigentlich zusammen erreicht haben Also dank ich euch noch mal herzlich dafür Und äh... Es werden jetzt noch mehrere Part folgen In den nächsten Tagen und Wochen mit der Player 13 Sein Kanal ist Luca Anmerwald Ihr könnt ihn ruhig abonnieren Kannst auch was willst du sagen, wenn du mich hörst? Luca? Okay, Luca... Überall noch... Gibt mir den letzten Türkel Ich krieg die Kamera rein, stellen grad nicht hin Wir haben gewonnen! So, denken wir dran Ein Abo Und ein Fabo wär lieb Und einen Daumen nach hoch Und abonniert unbedingt Luca Anmerwald Und gebt dem auch einen Daumen nach oben Und äh... Favorisiert und abonniert auf ihn Und... Favorisiert! Und liked ihn, Leute! Like... Ja! Und das war's auch für diese heutige Folge GTA Online Tschüss, bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss Ich nehm jetzt einfach mal die Kamera hier weg Und wenn ich so richtig